Ja hallo Leute, hier ist der Sibi und ja ihr fragt euch, was macht der Sibi denn im Schlummerwald? Und ich kann euch schon mal so viel versprechen und zwar wir gehen zu einem ganz besonderen Spot, wo ich ab und zu mal die Aufrufzahl begutachte und mir sage, oh nice, vielen Dank! Nein also ja, vielen Dank nochmal an Julen und dass ich dabei sein durfte, vielleicht wisst ihr auch schon wo ich hinrenne. Also ich habe mir nämlich gedacht, komm haust du nochmal alles wieder voll, komplett gebufft, hier ein paar Helferlines und ja ich nutze den eigentlich, spiele den viel zu selten dafür, dass ich doch sehr viel CS habe und so. Deswegen gehen wir jetzt mal zu Helgas Grab, nein wir werden jetzt nicht Helga versuchen, nein ich möchte mal gucken wie viel wir aushalten bei den Kalapsen. Wir haben jetzt ja 8.304 Damage und 4.140 Schaden und ich möchte eigentlich lieber gerne gegen, da kommt schon einer, gegen diese hier kämpfen, weil die sind nicht allzu schwer als diese Magier und die mag ich eigentlich überhaupt nicht und wir gucken mal, wir sind 76, oh wir halten aber echt viel aus. Gut, das kann natürlich sein, dass wir halt jetzt Amos echt hilfreich ist, aber ey, ne vielleicht, ey, wir könnten eigentlich auch beim Helga-Welt mitmachen, so wie es aussieht. Gut, das wäre natürlich auch interessant gewesen, wie viel wir denn, oh, äh, aushalten bei Helga, ne, was er uns verteilt. Oh, guck mal, da kommt jetzt hier so ein, ah, verdammt zwei, die mag ich eigentlich überhaupt nicht. Deswegen gehen wir ein bisschen weiter weg, weil die sind nämlich sehr, sehr, sehr stark. Ihr werdet es gleich sehen. Oh, gestunt haben wir sie, oh, 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 das ist sehr gut. Wir machen echt viel Damage, ne? Das ist hervorragend. Und wir sammeln auch sehr viel, äh, Tränke ein, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich denke mal, wir können ja ein bisschen hier bleiben, da kann ich ein bisschen quatschen. Und ja, also ich muss sagen, ich komme leider mit dem Aufnehmen leider wieder mal eins nicht hinterher. Woran liegt das Ganze? Und zwar ist es einfach so, äh, neben der Arbeit, jetzt, oh, 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 nice, nice, nice. Ähm, ist es auch so, dass ich wieder Probleme mit der Nose habe. Oh, die Harkarte, yes. Meine Harkarte ist ja schön. Und, oh, jetzt geht's los. Einen Jäger haben wir auch noch. Oh, da muss ich aber ein bisschen weiter weggehen. Da habe ich aber sehr Respekt vor von denen. Ähm. Da können wir schon hin. Ja, die machen gar nichts. Und, denn es ist so, ähm, natürlich könnte ich jetzt, weil ich ja wieder krankgeschrieben bin, leider. Äh, und es ist aber sozusagen das letzte Mal, weil ich jetzt noch was dazu bekommen habe, was jetzt, ähm, die Blutung halt stoppt. Ich hatte mal darüber mal erzählt. Ähm, ist jetzt nicht so interessant. Aber, ja, nichtsdestotrotz. Und dann bin ich eigentlich ungern, äh, krankgeschrieben. Und, nichtsdestotrotz, ja, muss es halt trotzdem behandelt werden. Und, ja, also, auch wenn ich jetzt hier Zeit habe, schaffe ich, komme ich trotzdem nicht zum Aufnehmen. Und ich will gerne eine Höllenwache haben. Oh, jetzt geht's los. Oh, 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 oh. Jetzt geht's los. Wir haben auch keine... Oh, ja, es ist jetzt ja hier, ähm... Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich habe keine Lust jetzt, die schöne Bass zu opfern. Plus weg, plus weg, plus weg. Gut, die ersten gehen weg. Ja, wie gesagt, ich möchte... Oh, der hat sich sogar geheilt, der Priester hier. Das müsste eigentlich ein Priester sein. Ich habe jetzt... Gut, dabei sind das eigentlich viel zu viele. Aber so, wie das aussieht, ähm... Müssten wir die eigentlich schaffen, ne? Ja, ich sag mal so, ich nenne den Titel irgendwie Sibi schlachtet Kalaps ab. Oder so, irgendwie in diesem... Die kann man ja jetzt wieder als kleines Battle machen. Ich habe auch überlegt, ob ich... einen ganz neuen, äh, Channel öffne. Der nur besondere Videos beinhaltet, zum Beispiel... Oh, Helga wurde gerade gelegt, äh, die Marionette. Ähm, sprich... Wo zum Beispiel nur sowas kommt, Raids. Da muss ich aber erstmal gucken, ob... Der Juli noch mit mir, äh... Ja, Kontakt treten möchte. Aber das Problem war, ich habe es auch leider versäumt, ihn dann halt mal zu schreiben. Hey, du, passt überhaupt nicht. Oder, ähm... Über Ostern war es ganz, 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 ganz schlecht. Und, ja... Na ja. So, äh... Was haben wir noch? Haben wir das? Nein. Lebensdrank... Kommen wir, ähm... Also, ich würde sagen, wir machen noch einmal eine Höllenwache. Weil dieses Problem ist, die sind weiter hinten und... Oh, die kommen. Oh, wäre das witzig, wenn wir jetzt mit dem Level 76er beim Raid mitmachen würden. Das wäre so witzig, ne? Oh, wäre das cool. Und wir sind down. Nicht down, okay. Ja. Ne, das schaffen wir leider nicht. Das ist zu viel des Guten. Weil die Jäger, die sind halt einfach, ähm, echt zu, zu heftig. Schade. Äh, wartet mal. Ja gut, haben wir zwar nicht, ähm, die volle Lebenspunkte wieder. Aber wir haben alle Bust wieder, eigentlich. Ich weiß es gar nicht. Das eine Mal hat es halt nicht geklappt, ne? Das weiß ich noch ganz genau. Das eine Mal hat es geklappt, das eine Mal wiederum nicht. Pff, na ja. Schade. So, ja, also wie gesagt, projektechnisch würde ich halt gerne öfter sowas machen. Uh, heiliges, uh. Guck mal, da kommen die sogar noch Greensfarm. Das ist ja nice. Äh, ja, ich möchte gerne T4-Steine mitnehmen. Und SIG, ne, das behalte ich mal. Aber das ist ja geil, dass man so schön viele, äh, Dings sammeln kann. Ne. Die hebe ich mal, werbe ich mal weg. Dann können wir einfach mal ein paar Karten mal öffnen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es B- und A-Karten nur gibt. Nehmen wir einfach mal die. Ist eigentlich total geil. Für meinen Magier habe ich übrigens ein paar Extra-Karten sammeln können. Äh, wo wir ein Dings waren. Ey, das ist ja... Okay, ich dachte, das wären jetzt zwei gewesen. Schon down, sehr schön. Hier muss doch irgendwo eine Hellenwache sein. Denton sind die. Ja. Äh, Problem ist... Boah, jetzt kommen sie. Oh, die machen sehr viel Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Verdammt, das sind ja zwei Stück. Gleich drei Stück. Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Verdammt, verdammt. Ne, das schaffen wir nicht. Das ist zu viel des Guten. Können wir mal gucken, ob sie uns von hinten... Okay, das geht eigentlich mit einem Schaden, muss ich sagen. Oh, das wäre jetzt ja mal mega geil, wenn wir das schaffen. Ähm, zur Not muss ich mich halt immer, ja... Genossen... Oh, haben wir jetzt... Sind wir jetzt raus? Haben wir jetzt einen Bug erwischt? Ja, ich würde sagen, ähm... Ja, wir haben wohl einen Bug irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mich jetzt mal re-logge. Vielleicht sind wir auch tot, wer weiß das schon. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. Bis gleich.